Ich habe hier eine Funktion und ich möchte wissen, wie viele Extrema so Min, Max, Terrasse das Ding hat. Und zwar in Abhängigkeit von diesem Parameter a, was es ein bisschen interessanter macht. Bei der Extrema geht es immer darum, f' gleich 0 und deswegen leite ich ab. f' von x gleich 1 Drittel mal 3 ist einfach dann x² plus 2 nach vorn, 2x plus. Und hier kommt ein a raus, weil ja 17 mal x, wenn ich das ableite, gibt es 17. Und deswegen ist es mit a mal x genauso. Wenn ich es ableite, kommt a raus. So, die Ableitung 0 setzen, also x² plus 2x plus a gleich 0. Und jetzt mache ich einfach die Mitternachtsformel. Also wenn ich hier so ein Quadrat sehe, dann ist es immer die Mitternachtsformel. Bei der Mitternachtsformel habe ich hier mein a, mein b und das ist hier ein bisschen gemein mit, dass das c gleich a ist, aber das kann man schon hinkriegen. So, minus b, also minus 2 plus minus Wurzel aus b², 2² minus 4 mal a ist 1, mal und c ist a, so durch 2 mal 1 ist gleich. Also an der Stelle, da habe ich meine Extrema, die suche ich. Ableitungs Nullstellen sind Extrema. Und die fragen so frech, gibt es überhaupt welche? Und es hängt ja bei der Mitternachtsformel immer von dem Teil unter der Wurzel ab. Das nennt man Diskriminante. Also wenn die Diskriminante, wenn es negativ ist, also wenn 4 minus 4a kleiner 0 ist, dann gibt es keine Lösung und dann auch keine Extrema. Weil wenn die Ableitung nicht Null ist, dann ist es nie flach. Und wenn 4 minus 4a gleich 0 ist, dann gibt es eine Lösung und ein Extrema. Aber das ist genau. Und 4 minus 4a größer 0, dann haben wir zwei Lösungen und zwei Extrema. Gut. Und das ist jetzt einfach eine Ungleichung. Da bringe ich den rüber. 4 kleiner 4a durch vier Teilen. 1 kleiner a oder a größer 1. Schön. Also für a größer 1 keine Extrema. Dann für a gleich 1 ein Extrema. Und für a plus kleiner 1 passt zwei Extrema. Fertig. Die wollen hier noch wissen, wie das Ding hier ausschaut. Also das ist eine Funktion dritten Grad mit zwei Extrema. Also das wird irgendwie so ausschauen. Wenn es nur ein Extrema hat, wird es wahrscheinlich diese Funktion haben. Also ein Terrassenpunkt. Und das kann auch so verbogen sein. Dann hat es überhaupt keinen. Wenn man sich da nicht sicher ist, dann geht man eben in GeoGebra. Die können nämlich auch mit Buchstaben rechnen. Das ist wirklich sehr schön. Also y ist gleich. y ist gleich ein Drittel. 1 durch 3. Da hinten x hoch 3. Plus x Quadrat. Plus x Quadrat. Plus zurück. Und dann gibt es hier die Buchstaben. A, B, C. Und dann nehme ich mein A. Und dann wieder zurück. F von x. Ne, 1, 2, 3. Und ein x und Return. Und es funktioniert. Wir sind bei A gleich 1 und haben einen Terrassenpunkt. Und jetzt sind wir bei A gleich 1,4. Und da gibt es weder Min noch Max. Und hier, für negative haben wir unsere, das läuft jetzt wie ein Film ab. Für ein A kleiner 1 gibt es die 2. Gut.